In der aktuellen Folge vom Sprechplanet begrüßen wir Dagmar Berghoff zum Gespräch. Eine Stunde Gespräche über ihr Leben, eine Würdigung ihrer Arbeit. Eine Stunde ist lang, ne? Eine Stunde, ja, aber das kam mir jetzt gar nicht so lang vor. Wir haben viel geredet über alles Mögliche, was sie so gemacht haben, worauf sie auch heute noch angesprochen werden. Und das ist Teil dieses ganzen Interviews. Sie haben sich gefreut über die Einladung zu solchen Gesprächen. Machen Sie sowas gerne, solche Interviews? Ja, wenn ich so nett angefragt werde wie bei Ihnen, ich habe mich auch gleich gemeldet. Das stimmt, das haben wir tatsächlich. Das ist ja nicht immer so, sondern meist oft ist es auch so, oder manchmal, dass die einfach erwarten, da muss sie doch drüber froh sein. Die muss doch Danke, Danke, Danke sagen. Und das war bei Ihnen einfach sehr nett. Dankeschön, genau. Danke. Und so ein respektvolles Interview, so nett ist es auch geworden. Und das gibt es jetzt bei Massengeschmack in HD, in Full HD sogar. Bis gleich.